Aber jetzt, dass man sagt, ein Gebet ist wie 83 Jahre Gebete, oder ein Sadaqa ist wie 83 Jahre Sadaqa, Allahu Alam, da kann man nicht sagen. Laylatul Qadri khayro min al-Fishar. Das ist besser als 1000 Monate. Aber das heißt nicht unbedingt, wenn du etwas machst, das ist auch so wie 1000 Monate Ibadah. Aber der Lohn ist etwas anderes, als dass man eine Ibadah macht und wird verdoppelt oder vervielfacht.